Okay, das deutet jetzt für euch, wegen Angreifen hierhin. Die Kreaturen werden angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. So, macht vorerst nochmal die Gegner kaputt. So, dass kein... Oh nein. Macht die fliegenden Gegner tot. Macht sie tot. Ich weiß meine Ausdrucksweise. Macht sie tot. So, ich baue noch eins. Und ich baue einen Deal. Jeder konzentriert auf das Teil. Die Kreaturen werden angegriffen. Jeder geht schon mal voran. Und... Nein. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Die Kreaturen werden angegriffen. Dann lasse mein Dings dort durch. So, oh oh. Nein, der ist gefährlich. Aber dann kein Eistee mehr. So, Concentration. Und es wird aus der Invasion nichts. Ah, den Terratar muss ich wirklich zuerst rausnehmen. Die Kreaturen werden angegriffen. So, lasst es mal links liegen. So, ihr vier geht schon mal hier hin und wreaked Havoc. Die Kreaturen werden angegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Und ihr tötet den Gehilfen da. Und macht das... Obwohl... Wenn da keine Gehilfen hinkommen, ist das kein Problem. Ihr kommt vorerst mal hierhin. Und wo sind wir denn auch noch? So. Die Kreaturen werden angegriffen. Komm mal weg da. Komm mal weg da. So. Ah, du da. Kommst du mit? Die Kreaturen werden angegriffen. Nein, geht da nicht hin. Dieser Kohlehaufen ist aufgebraucht. Nein, geht da nicht hin. Jetzt geht ihr bitte durch. Damit auch alle Spaß haben können. Die Aktion da. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Und jetzt, meine lieben Tierchen. Helft ihr unseren Kumpels da. Und, ähm... Hoppla. Ha, verflucht! Ich kann auch nicht an zwei Orten gleichzeitig... Oh ja, ich muss das mal. So, ihr kommt jetzt bitte hierhin. Mann, ich weiß... Wie kann ich ihnen helfen? Ist irgendwas beschädigt? So, ich verlagere meine Kreaturen jetzt hierhin. Und euch... Nein, euch lasse ich da. Hallo. Euch beide da. Die verlage ich auch hin. So, der Kohlehaufen da ist nur aktuell. Und der da auch. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh. Erde kriegt eine besondere Mission. Erde zerstört ihre Geburt. Ja, das passiert, wenn ich nicht überall gleichzeitig sein kann. Töte die. Das da muss ich auch kaputt schlagen. So. Ja, ich weiß. Die Kreaturen werden angegriffen. Was? Niemand? Was? Sehr gut. Das bedeutet, wir bauen... Das da hin. Sofort! So, und ihr... Geht unseren Freunden aus dem Weg. Damit sie auch schön was machen können. Okay, Rex... Was brauchen wir noch für Tiere? Ähm... Kommodo war an und... Dings, okay. Das machen wir noch nicht. Das können wir noch nicht machen. Ah, Lucy. Ich fühl mich unsicher, wenn du draußen bist. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja. Das neue Gebäude steht. Sollte jetzt eigentlich kein Problem sein. Und... Mach Terata kaputt. Das ist wichtig. Die Kreaturen werden angegriffen. Äh, kaputt gemacht haben. Können sie keine Gehilfen mehr bauen. Was bedeutet, sobald wir alle... Ziel erreicht! Gute Arbeit, Boss! Gehilfen... Ab... Gemorgen... Humphrey! Humphrey! Ich kann nicht glauben, dass du tot bist! Ich hab dir nie gesagt, wie sehr... Wie sehr ich... Oh, du großer alter Trottel! Dafür wirst du bezahlen, Rex Chance! Oh... Er hört sich ganz schön wütend an, Rex! Dann wird er wahrscheinlich weniger strategisch denken und weniger gefährlich sein. Jetzt haben wir freien Zugang zu Velikas Labor. Wir sollten versuchen, es zu vernichten. Es ist wahrscheinlich sicherer, zuerst den anderen Gehilfen zu erledigen, Rex. Aber das ist ihre Entscheidung. Ja, Rex! Du solltest mal strategisch denken! So, jetzt haben wir hier einen weiteren Kohlehaufen. Was sehr gut ist. Ich schick schon mal... Fertig, Boss! In Ordnung! Sie sind der Boss! Ich schick den Typen mal dorthin. Okay. Ist cool, denn jetzt... Ähm... Jetzt kommen die Kreaturen von hier... Das bedeutet, wir können schon mal auf... Bewegen, Angreifen gehen... ...und sie in die Mangel nehmen. Meint nicht, ich hätte euch nicht gesehen. Die Kreaturen werden angegriffen! Mhm. Jetzt hat er wahrscheinlich die meisten Kreaturen aus seinem Dings... ...äh... weggemacht. Aus seinem Stütz. Die Kreaturen werden angegriffen! Was bedeutet, dass er mehr oder weniger ungesichert sein wird. Jeder kommt schon mal hier hin. Und ihr zieht euch... Obwohl, bleibt einfach mal hier. Das gefällt mir. So. Hey, der Gorilla, die haben wir aber schon. Und ihr bildet dann eine Blockade mit. Meine Freunde. Gehilfe untätig. Nein, du bist jetzt nicht lange untätig bleiben. Du brauchst mich in Zwischenlager. Sie sind der Boss. Kann ich einfach ein paar Gehilfen zu dir schicken, sobald sie keine Kohle mehr hat? Wie viele Gehilfen habe ich jetzt eigentlich? Die Kreaturen werden angegriffen. Hoppla. Nicht sehr intelligent, ne? Rex wird angegriffen. Rex, erschießt du erstmal ein? Die Kreaturen werden angegriffen. Habe ich da irgendeinen fliegenden Dings? Nein. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig mit Bauen. Ja, dumm. Das ist doch ein bisschen dumm. Fertig, Boss. Okay. So, bevor hier auch so eine Katastrophe passiert, waren wir in Luft abgegriffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Sie sind der Boss. Und was ich noch, äh, jetzt bemerkt habe, beim Passable Creatures schweife ich nicht vom Thema ab. Wenn das mal nicht was ist, ne? So. Zwei Schlecker später und du bist Geschichte. Das ist noch nicht. So, halt nur noch den einen Kohlehaufen. Den einen Kohlehaufen. Das Problem bei ihm sind die Artillerieeinheiten. Das Gebäude ist fertig. Du bleibst mal brav hier. Das war nämlich jetzt nicht so intelligent. Und du da scheppelst Kohle. Ist wohl klar. Hm. Ja, ich habe... Ich habe Kohle. Ich kann das verschwinden. So, jetzt hat unser Gegner eigentlich keine Chance mehr. Denn ich habe mehr als 10.000 Kohle, fast 10.000 Strom... Elektrizität. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Ja. Gute Nacht. So. Jetzt aber... Werde ich einen weiteren Gehilfen bauen. Weil ich es kann. Ist zwar eine Kreatur wenig, aber, ähm, Wayne? Tja. Falsche Stelle für einen Anrufen. Da komm bitte nach vorne, sonst kannst du nicht angreifen. Dann bist du nicht effektiv. Dann bringst du mir nichts. So. Der Hammerfraß. Der wird doch cool. Der kriegt jetzt mehr Lebenspunkte. Und... Krumdel natürlich auch. Auch eine sehr gute Kreatur. Was ich hier benötige, sind Luftabwehrtürme. Sie sind der Boss. So. Mein Freund. Hallo Zebra. So keine Angst. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Die Kreaturen werden angegriffen. Schmeigiraffen. Bist du immun? Muss nicht mehr. Ach. Chemische Kriegsführung. Das neue Gebäude steht. Nomm, nomm, nomm. Okay. Ich baue noch zwei von euch und einen von dir und einen von... Nein, die baue ich hier. So, ihr schwimmt mal schön hier hin. Was? Ja, du gehst schon mal hierhin. Okay. So, ich weiß, der Kohlauf mir ist näher dran, aber... Jetzt sind wir quasi feindlichen Gebiet. Das macht das Ganze natürlich viel cooler, ne? So, euch lasse ich mal hier. Ihr kommt hierhin? Ja. Ähm, case. Ähm, nee. Jetzt packe ich die richtig zähn. Ich denke, ich denke, ihr bringt mir da nicht... Ja, lauft einfach nur weg, wenn ihr könnt. Nichts kann euch mehr retten. So, ich werde den Angriff von zwei Fronten starten. Da gehst du noch zurück, du kommst zu mir, du gehst noch zu Ihnen. So. Und ihr... Kommt schon mal hierhin. Ja, ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, was ich vorhabe. Weiß nicht. Die Kreaturen werden angegriffen. Weiß nicht. Ich werde ihn einfach von zwei Seiten angreifen. Und... Ich hab hier noch drei von euch. Mal schauen, ob... Die Kreaturen werden angegriffen. Jetzt wird es langsam, aber sicher böse so. Rein mit euch. Die Kreaturen werden angegriffen. So, jetzt geht ihr bitte dorthin und vermöbelt dort die Leute. Also die Kreaturen, meine ich. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh, 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 oh. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Das ist, äh, gar absonderlich sogar. Nein, das ist nicht gut. Das ist alles andere als gut. Verdammt, weh, die Kampus ist so grad jetzt angreifen. Mann. Äh, verdammt. Die Kreaturen werden angegriffen. Los. Zusammenhalten. Die Kreaturen werden angegriffen. Was bedeutet, ich muss mich schnell mal verstärken. Verdammt. Zusammenhalt beweisen. Schaltet zuerst mal die Giftkreaturen aus. Die euch bedrohen. Aber sonst wird das wirklich nichts. Und ihr greift gefälligst, was anderes an. Amt, was ihr mehr bringt. Und zwar... Was will ich? Du, da greift das Tier an. So. Und ihr da? Die Kreaturen werden angegriffen. Das Ding ist zu kaputt. Zu kaputt. Hey. Nein, nicht jetzt, oder? Die Kreaturen werden angegriffen. Na, ihr helft da. Mann... Das ist... Auf diesen Kohlehaufen gibt es keine Kohle mehr. Das ist sehr schlecht, zuvor. Verrückwärts, wenn ich hin schicke. In Ordnung. Und Dura, du, einsammer da. Die Kreaturen werden angegriffen. Sie sind der Boss. Kann ich das Ding in der Dunkelheit bauen? Nein, kann ich nicht. Eil dich. Ich muss schnell zur Kampfsituation zurück. So, brauche ich hier hin. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. So, frischer Nachschub für die Armee. Die Kreaturen werden angegriffen. Verflucht. Ah, nein. Nein. Das ist sehr schlecht. Die Kreaturen werden angegriffen. Das muss ich aus allen Ohren Kreatur produzieren. Eins, zwei, drei. Zack. Eins, zwei, drei. Zack. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sind wahrscheinlich zu viele, aber... Momentan... Ja. Egal. Fügt dem Labor so viel Schaden zu, wie ihr noch könnt. Die Kreaturen werden angegriffen. Verdammt. Das ging übelst in die Hose. Ha, ha, ha. Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Ich weiß, ich weiß, was jetzt die hat. Das müsste man jetzt nicht sagen. Jetzt kommen die hier auch noch marschiert. Aber was die nicht wissen ist, dass ich sie sehe. Ich weiß, dass sie da sind. Das kann ich zum Beispiel mit Foto benutzen. Indem... Ihr lebt noch. Okay. Ich euch hier zusammenziehe. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. Greift die an! Ich muss meine Kreaturen dringend verstärken. Das war die Zähheit. So. Habt ihr genug? Habt ihr etwa genug? Ihr könnt hier nur genug haben. Ja, Giftberührung. Das ist halt dumm. Meint nicht, dass ihr mir entkommen könnt. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Jetzt werde ich ihr verfluchtest. Labor weg, Dingsel. Greift sie an! Nach Bewegung angreifen. Möglichst nicht im Weg stehen. Das ist immer, wenn die Kreaturen... den anderen Kreaturen im Weg stehen. Das ist so unnötig. Das ist O-O. Das ist O-O. Ja, das ist O-O. Ich sollte einfach... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so. Aha. So mache ich das jetzt. Und aus allen Rohren Kreaturen produzieren. Sonst wird das wirklich nichts. Und... Ah ja, das ist... Die Situation ist alles andere als angenehm. Die Situation ist alles andere als... Gut. Vor allem. So, ihr kommt wohl nicht mehr den Hügel da hoch. Oh, oh. Wehe, sie kräft an uns. Hier. Zahlenmäßig ziemlich unterlegen. Hm. Das gefällt mir nicht. Nein, das wird es überhaupt nicht so. Ihr fliegt mal hier zusammen. Nein, nicht du. Geh weg. Komm, geh weg. So. Ich hasse es, wenn die Kreaturen nicht sehen, dass sie... ... ... ... ... ... ... nicht aufhören. Nicht aufhören. Wir können die Produktion nicht stoppen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Stammt. Ihre Truppen ziehen sich zurück. Jetzt ist der perfekte Moment für Angriff. Flugtruppen weg. Du auch weg. Schnell. So. Jetzt müssen wir so schnell wie möglich... ... ... ... ... ... Geh doch die da an. Die ganz breit. Gleich breit. Oh nein, ihr geht zuerst durch. Sonst versperrt ihr den anderen Weg. So. Zuerst mal das Ding da ausschalten. Om nom nom. Fress sie. Fress sie auf. Die Kreaturen werden angegriffen. So. Jetzt alle auf das Labor. Nein. Ihr da. Das. Das. So. Sobald das Labor fällt, fallen sie. Und sobald sie... Ich hasse dich weniger. Ich hasse dich wirklich. Das ist... ...haupt nicht cool. Das ist alles andere als cool. Das ist... Was ist das? Was bist du? Ah, du bist mir da vieles weiter. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Sehr gut. Der andere Bruder auch, Rex. Jetzt können wir Velika aufhalten. So. Das Einzige, was mich bei den Post-Bild-Creatures stört, ist... ... 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 Das verdickt einen doch ziemlichen Bildschirm hinter. So. Ah, die Kreaturen sind doch effektiv. Nicht allzu stark, aber effektiv. So, 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 so. So, jetzt könnt ihr die da angreifen. Die gehen einen Umweg. Jetzt könnt ihr die da angreifen. Die gehen einen Umweg. Was macht ihr da? Ja, jetzt kommt der Moment, auf den wir alle...